Ich liebe dieses Piano, ich habe es ja schon so oft gesagt, dieses Piano, das ist etwas richtig düsteres, trauriges und ich mag sowas. Eigentlich ist es ein richtig depressives Piano. Ich glaube mit Lao Tsing haben die gar kein Problem. What the fuck ist das krank? Die rappen alles mit, was Mikey rappt und wie sie hier singt und wie sie hier in den Song reinkommt. Alle Bonheur, also das ist wild, das ist krank. Die rappen alle Bonheur, also das ist krank. Die rappen alle Bonheur, also das ist krank. Schön, wie sie hier mitsehen. Das mir gefällt es. Das ist wirklich geil. Das hebt den Song nochmal auf dem extra Level. Mit diesen Fans ey, das klingt einfach nur unfassbar sick. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Dieses Piano hier. Ich liebe das. Ich kann es gar nicht beschreiben, was das eigentlich in mir auslöst. Es ist so unscheinbar und trotzdem hat es so einen unfassbar starken Impact. Geil ey, die nehmen das wirklich ernst. So laut ihr könnt und die legen richtig los. Geil ey, Korea muss man einfach lieben. Geil ey, die nehmen das wirklich ernst. 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 Jesus am Ende, geil das ist richtig badass das ist nicht in Worte zu fassen wie cool das eigentlich alles ist